Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, danke für diesen überschwänglichen Empfang. Jeder spürt es hier im Saal genauso wie im Land. Die SPD ist wieder da, wir sind wieder da. Das ist eine gute Nachricht für die Menschen im Lande, in Deutschland. Eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht für Deutschland, eine gute Nachricht für Europa und eine gute Nachricht für die Demokratie. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bewerbe mich heute um den Parteivorsitz der ältesten Partei in diesem Lande, bewerbe mich um den Vorsitz einer 153 Jahre alten Partei, die Sigmar Gabriel hat das gerade in beeindruckender Weise gesagt, im Gegensatz zu anderen Parteien, nie ihren Namen ändern musste, die trotzdem oder vielleicht gerade deshalb Kaiserreich, Kriege, Diktaturen überlebt hat und die die Demokratie in Ost und in Westdeutschland mit aufgebaut hat. Ich bewerbe mich um den Vorsitz der Partei, die die Demokratie erstritten, die das Frauenwahlrecht erkämpft, die sich den Nationalsozialisten in den Weg gestellt hat und dafür einen hohen Blutzoll zahlen musste. Ich bewerbe mich um den Vorsitz einer Partei, die in der DDR verboten war, die unter Willy Brandt in den 70er Jahren das deutsche Bildungssystem fundamental reformiert und zukunftsfest gemacht hat. Die dem Terrorismus der 70er Jahre die Stirn geboten hat, ohne dabei die Liberalität in unserem Lande aufzugeben, die unser Land vor der Beteiligung an einem völkerrechtswidrigen Krieg im Irak bewahrt hat. Eine Partei, die endlich auch den Mindestlohn in Deutschland eingeführt hat. Ich könnte das fortführen und die Aufzählung ist nicht abschließend. Aber generell, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, kann man eines sagen. Wann immer die Freiheit in Deutschland bedroht oder Reformen notwendig waren. Wenn es darum ging, gleiche Rechte für Mann und Frau oder für Minderheiten zu erstreiten. Wenn es darum ging, die Gewerkschaftsrechte zu verteidigen oder die betriebliche Mitbestimmung auszubauen. Wenn die Familien gestärkt und die Chancengleichheit verbessert wurde. Wenn es galt, den sozialen Frieden herzustellen. Dann musste das unsere stolze Partei hinbekommen. Dann musste das die SPD tun. Ich freue mich sehr, dass in den letzten Wochen 13.000 neue Mitglieder zu uns gekommen sind. Menschen, die zu einem großen Teil wieder den Weg zu uns zurückgefunden haben. Und viele, viele junge Menschen, die dafür brennen, dass wir dieses Land gemeinsam besser machen. Und euer Enthusiasmus, liebe Genossinnen und Genossen, die hier neu in die Partei gekommen sind. Wir spüren das ja auch heute hier in diesem Saal. Euer Enthusiasmus steckt uns alle an und wird uns in den nächsten Monaten begeistert. Applaus Meine Botschaft an die jungen Männer und Frauen, die zu uns gekommen sind, ist die, ihr seid nun Teil einer Familie. Eine Familie, die sich darum kümmert, dass es in ihrem Viertel, in ihrer Gemeinde, in ihrer Stadt, in ihrem Land, im ganzen Land, ja, auf dem ganzen Kontinent, so ist, dass die Dinge zum Besseren gewendet werden. Der mutige Kampf für Freiheit, für Gerechtigkeit und für Demokratie wird in Deutschland seit 150 Jahren symbolisiert durch diese drei Buchstaben. SPD Ich muss zugeben, auch nach der Rede von Sigmar Gabriel, dass es mir in diesen Tagen, auch in den Stunden schwerfällt, zu fassen, Was geschieht, wenn ihr mich denn heute wählt? Ihr kennt mich, ihr wisst, wo ich herkomme. Ich bin das fünfte Kind einfacher und sehr anständiger Leute. Ich bin geboren 1955 in Nordrhein-Westfalen im Dreiländereck zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden und diese Region hat mich zutiefst geprägt. Meine Mutter war Hausfrau, mein Vater Polizist, ich selbst war echt faul in der Schule und hatte als junger Mann nichts als Fußball im Kopf. Und als das dann mit der Fußballkarriere nicht geklappt hat und ich die Schule geschmissen hatte, da habe ich in meinem Leben die Orientierung verloren. Und fast wäre alles in meinem Leben schiefgegangen. Aber dann habe ich eine zweite Chance bekommen, dank meiner Familie, dank meiner Freunde, auch dank der Jusos in meiner Heimat. So wie jeder, liebe Genossinnen und Genossen, der ins Stolpern gerät oder aus der Bahn geworfen wird, eine zweite Chance bekommen sollte. Meine zweite Chance war, ich habe mich in Büchereien gefressen, habe eine Ausbildung gemacht als Buchhändler, ich habe mich politisch engagiert. Wie gesagt, bei den Jusos später als einfacher Stadtverordneter. Ich bin schließlich mit jungen Jahren Bürgermeister geworden und ich bin in dieser Funktion zweimal wiedergewählt worden. Ich habe eine kleine Buchhandlung gegründet, die es heute noch gibt, die von einer früheren Auszubildenden übernommen worden ist, die sie heute immer noch erfolgreich führt. Ich bin dann ins Europaparlament gewechselt. Ich war dort 22,5 Jahre Abgeordneter, ich war acht Jahre Vorsitzender der sozialistischen Fraktion und in den letzten fünf Jahren der Präsident des Europäischen Parlaments. Ich habe in diesem Amt versucht, Europa demokratischer, effektiver und sichtbarer zu machen und vor allen Dingen eins, zu jeder Zeit klare Kante zu zeigen gegen diejenigen, die dieses Einigungswerk abwickeln wollen. Und nun stehe ich hier vor euch. Ein Mann aus Würselen. Ja. Aus Würselen. Meine Heimat, zu der ich stehe. Ein Mann aus einfachen Verhältnissen. Und ich bewerbe mich um ein Mann amt, dass vor mir Männer, Menschen wie zum Beispiel August Bebel, der Arbeiterkaiser, der sich gegen die bismarckischen Sozialistengesetze stemmte und die SPD zur Volkspartei machte. Wie Otto Wels, der Auge in Auge mit Hitler im Reichstag, dem Diktator ins Gesicht schleuderte, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, unsere Ehre nicht. Nicht wie Kurt Schumacher. Wie Kurt Schumacher, der von den Nazis im KZ gefoltert und gequält wurde. Und der trotz massiver Beeinträchtigungen mit einer eisernen Disziplin und oft unter schweren Schmerzen engagiert beim Aufbau eines demokratischen Deutschlands mitgeholfen hat. Ja, und wie Willy Brandt. Ein Jahrhundertpolitiker, der selbst verfolgt für die deutsche Nation auf die Knie fiel und um Verzeihung bat für die Verbrechen der Nazis. Und der für seine Entspannungspolitik mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Wie viele andere hier bin ich wegen Willy in die SPD gegangen und ich habe bewundert, ich habe ihn bewundert, aber ich habe vor allen Dingen bewundert, wie er bis an sein Lebensende, nicht nur für unser Land, sondern für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung und gegen die globale Armut und für die Bekämpfung der globalen Armut bis zum letzten Atemzug gestritten hat. Ja, und wie Hans-Jochen Vogel, der in Zeiten des RAF-Terrorismus persönlich bedroht war, der die Frauenquote in unserer Partei 1991 auf dem Parteitag in Bremen eingeführt hat. Und der bis heute für uns alle ein guter, ein weiser Ratgeber ist Hans-Jochen. Auch ich möchte dir von dieser Stelle, weil du ja am Fernsehen sitzt und unseren Parteitag mitverfolgst, meine herzlichen Grüße und meinen Dank für deine wunderbare Botschaft übermitteln. Wie Gerhard Schröder, Genossinnen und Genossen, der sich von ganz unten zum Regierungschef hochgerackert hat und dabei niemals seine Herkunft vergaß, der Deutschland so reformierte, dass wir alle heute noch davon profitieren und der, anders als manche, die heute Verantwortung in diesem Land tragen, ein mutiges Nein gegen den Irakkrieg im Namen unserer Partei und im Namen Deutschlands ausgesprochen hat. Und wie Sigmar Gabriel, der Vizekanzler und Außenminister, der nach Willy Brandt, der am längsten amtierende Vorsitzende der SPD war, stolzer Vater, stolzer Vater, dreier Töchter, mein enger und guter Freund. Lieber Sigmar, dass du deinen eigenen Ehrgeiz zurückgestellt hast, dass du Platz für einen anderen, für mich in diesem Fall gemacht hast, weil du davon überzeugt warst, dass das besser für das Land und besser für die Partei sein würde. Sigmar, das ist eine große politische, aber es ist vor allen Dingen eine große menschliche Leistung, die zeigt, was für ein besonderer Charakter du bist. Dich weiter an meiner Seite zu wissen, macht mich stark, macht uns stark, macht die SPD stark. Dein Handeln und auch unser Miteinander ist vor allen Dingen eins, es ist sozialdemokratisch und ich danke dir von ganzem Herzen. Ich bewerbe mich also um ein Amt, das diese großartigen Menschen vor mir innehatten. Ihr könnt mir glauben, in diesen Stunden und Tagen bin ich demütig, sehr sogar. Wenn diese Rede vorbei sein wird, wenn wir gewählt und damit entschieden haben werden, dann, Genossinnen und Genossen, wollen wir loslegen. Denn wenn wir nicht dafür sorgen, dass es in diesem Land gerechter zugeht, dann wird das niemand anderes machen. Wer in diesem Land hart arbeitet, sei es als Selbstständiger oder als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin, wer sich engagiert, wer für die Eltern oder für die Kinder da ist, wer sich in diesem Land abrackert und an die Regeln hält, der hat unseren Respekt verdient. Ich habe den Respekt vor der Lebensleistung der Menschen in unserem Land und es ist die sozialdemokratische Partei Deutschlands, die dafür sorgen muss, dass jeder einzelne Mensch, jeder Mann, jedes Kind, jede Frau im Mittelpunkt unseres Denkens steht und im Mittelpunkt unseres Handelns. Ich möchte, dass der einzelne Mensch Respekt bekommt. Dazu gehört natürlich, dass wir endlich Schluss machen mit dem Lohngefälle in Deutschland. Dass wir gleichen Lohn für gleiche Arbeit zahlen, es ist doch ein Skandal, dass wir das jeden Tag noch fordern müssen. Und das unerträgliche Lohngefälle zwischen Männern und Frauen muss aufhören. Deshalb bleiben wir hart bei der Forderung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort für Männer und Frauen gleichermaßen in Ost und in West. Dafür werden wir in den nächsten sechs Monaten kämpfen und das werden wir in diesem Lande gemeinsam mit den Gewerkschaften durchsetzen. Und ich freue mich, dass die Gewerkschaften mit ihren Vorsitzenden bei uns vertreten sind. Und dass sie in so großer Zahl heute bei uns sind. Und was Sigmar Gabriel begonnen hat, das will ich fortsetzen im engen Schulterschluss mit euch, den Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaften. Und Frank Zirske, an deiner Adresse kann ich nur empfehlen, das Lukas-Evangelium zu lesen. 15. Kapitel 7. Vers Im Himmel ist denn mehr Freude über einen reuigen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte. Also, du bist jederzeit eingeladen. Gilt auch für dich. Neu-Mitglieder-Anträge liegen vorne aus für die Gewerkschaftsvorsitzenden, die noch nicht bei uns sind. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist kein Scherz. Wann wir schreiten, Zeit an Zeit, heißt das, die Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften, Zeit an Zeit, für mehr Gerechtigkeit in diesem Land. Wir wollen loslegen und den gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Aber ich bin auch einig mit Polizistinnen und Polizisten in Deutschland, die wir mehr unterstützen müssen, damit wir die Alltagskriminalität wirksamer bekämpfen können. Etwa bei Wohnungseinbrüchen, die das Unsicherheitsgefühl von Menschen verstärken. Und wir müssen die Feuerwehr und die Rettungskräfte stärker unterstützen. Die, die jeden Tag unterwegs sind, um Menschenleben zu retten und die dabei leider immer häufiger selbst in Gefahr geraten. Diese Leute, die für unsere Sicherheit, für unseren Schutz, die oft auch für unser Überleben im Einsatz sind, die haben mehr Respekt und unseren besonderen Schutz verdient. Und ich finde es daher gut, liebe Genossen und Genossen, ich finde es gut, dass Heiko Maas ein entsprechendes Gesetz vorgelegt hat, damit Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienste härter bestraft werden. Auf meiner Reise habe ich mit Feuerwehrleuten, mit Rettungsdiensten, mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gesprochen. Und ich kann es nicht verstehen, dass wir als Gesellschaft zulassen, dass Leute, die zu einem Rettungseinsatz fahren, dort behindert werden. Das zeigt, wir brauchen mehr Zusammenhalt und wieder mehr Respekt in dieser Gesellschaft. Das ist das, wofür wir streiten müssen. Wir wollen die Rente sicher machen und dass die, die ein ganzes Leben lang gearbeitet haben, auch ordentlich im Alter, in Würde davon leben können. Es sind doch die Alten gewesen, die Deutschland aufgebaut haben und zu dem wunderbaren und lebenswerten Ort gemacht haben, der unser Land heute ist. Dafür haben sie Dank, Respekt und Anerkennung verdient. Und wir wollen in diesem Land die richtigen Rahmenbedingungen für engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen, damit sie sich entwickeln, damit sie wachsen können und so sichere und gut bezahlte Jobs schaffen können. Gerade im Bereich der Digitalisierung brauchen mittelständische und kleine Unternehmer unsere Hilfe, sei es infrastrukturell und hier insbesondere im ländlichen Raum. Sigmar Gabriel hat zu Recht genau darauf hingewiesen. Oder bei der Setzung von den Rechtsrahmen, die sie brauchen, als Sicherheit für künftige Geschäftsmodelle und die Schaffung von Wachstum und Arbeitsplätzen. Wir wollen zum Beispiel die Vereine und die zivilgesellschaftlich Engagierten unterstützen. Denn sie, die Leute in der Zivilgesellschaft, die sich dort engagieren, die halten den Laden in unserer Gesellschaft am Laufen. Egal, ob sie sich im Stadtteil, ob sie sich in der Gemeinde, in der Schule, im Sportverein oder in den Kirchen, ob sie sich für Menschen mit Beeinträchtigungen oder in der Flüchtlingshilfe engagieren. Wir wollen in Deutschland auch eine kreative und neugierige Atmosphäre erhalten, in der Kunst und in der Kultur. Damit die kreativ Tätigen, die Menschen, die sich künstlerisch betätigen, die Kulturschaffenden in unserem Land die Möglichkeit haben, uns zu bereichern, uns zum Staunen zu bringen, uns zum Zweifeln zu bringen, zum Nachdenken, zu reflektieren. Kunst und Kultur gehören in die Mitte der Gesellschaft und sind keine Randphänomene. Liebe Genossinnen und Genossen, ich werde heute keine abschließende programmatische Rede halten. Dafür haben wir einen eigenen Parteitag, den wir Ende Juni in Dortmund abhalten werden. Dort werden wir unser Regierungsprogramm vorlegen, ein Regierungsprogramm, das am Ende einer fast zweijährigen Arbeit stehen wird. Eine Programmarbeit, auf die wir als Sozialdemokraten stolz sein können. Denn wir haben Tausende von Menschen einbezogen in diese Programmdiskussion. Wir haben viele Experten angehört und wir sind auch noch dabei, eine Menge von Dingen in den dafür zuständigen Gremien zu diskutieren. Denn ich selbst bin seit Ende Januar im Lande unterwegs. Ich habe unzählige Begegnungen in den letzten Wochen gehabt. Ich gehe in die Betriebe, in die Bildungsstätten, zu den Menschen nach Hause, um zuzuhören und zu lernen. Und um daraus die notwendigen Schlüsse auch für unsere Programmarbeit und für das, was in den nächsten Jahren unsere Schwerpunkte sein müssen, zu ziehen. Aber eines kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Bei unserem Programm wird es um Gerechtigkeit, um Respekt und um Würde gehen. Und dabei werden wir für uns werben, für unser Programm. Ich werde mit euch gemeinsam für die SPD werben, für uns, aber nicht gegen andere kämpfen. Wenn man aus dem Wahlkampf von Donald Trump und dem, was sich in den Vereinigten Staaten von Amerika abgespielt hat, eines lernen kann, dann, dass die Verächtlichung, die Verächtlichmachung, das Arbeiten mit gefälschten Nachrichten, die pauschale Verurteilung ganzer Gruppen von Menschen in Deutschland keinen Platz haben darf. Wir, Genossinnen und Genossen, wir sind nicht die besseren Menschen. Wir Sozis sind nicht die besseren Menschen. Und die anderen Demokraten in dieser Gesellschaft sind nicht der Feind. Im Gegenteil, im Idealfall ist der Wahlkampf eine Sternstunde der Demokratie. Und deshalb ganz klar, mit mir wird es keine Herabwürdigung des politischen Wettbewerbers geben. Wenn andere einen anderen Weg wählen, dann bin ich sicher, wird es am Ende die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler sein, darüber ein Urteil zu fällen. Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, in unserer Gesellschaft hat sich etwas verändert. Etwas Bedeutendes. Bei vielen Menschen, bei vielen Familien verschiebt sich der Moment, an dem sie ihre Kinder bekommen, immer weiter nach hinten. Meine Eltern, meine älteren Geschwister haben noch ihre Kinder zwischen 20 und 25 Jahren bekommen. Ich selbst und meine Frau, wir haben unsere Kinder schon mit 30 und 34 Jahren bekommen. Manche bekommen sie wie Mitte 50. Hierdurch entsteht eine neue Herausforderung. Denn diese Eltern sind, wie wir alle, beruflich enorm belastet und herausgefordert. Gleichzeitig müssen sie sich aber noch um ihre Kinder kümmern, die zu Hause sind, noch in der Ausbildung sind, noch zur Uni gehen. Und auf der anderen Seite sind die Eltern aber teilweise schon so alt, dass sie zuwendungs-, teilweise pflegebedürftig sind. Diese Art der Dreifachbelastung ist neu. Und ich denke, hier im Saal sind viele, die selbst davon betroffen sind oder jemanden kennen, der in einer solchen Lebenssituation ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Menschen in solchen Lebenslagen in die Knie gezwungen werden. Weder physisch noch psychisch und auch nicht finanziell. Im Gegenteil, sie verdienen unsere Unterstützung. Sie verdienen die Unterstützung eines handlungsfähigen Staates und einer solidarischen Gesellschaft. Wenn wir also in die Schulen, in die Universitäten, in die Kitas investieren, können wir diese Generation spürbar entlasten. Und genauso ist es auf der anderen Seite. Wenn wir in die Pflege investieren, mehr Personen... Was ist los? Ach so. Mann, da bin ich glücklich. Ich habe gedacht, ich hätte etwas Falsches gesagt, aber... Gottes Willen, aber... Hoi, hoi, hoi. Junge oder Mädchen? Ist egal, wird aufgenommen. Liebe... Wenn wir in die Schulen, in die Universitäten, in die Kitas investieren, wenn wir auf der anderen Seite in die Pflege investieren, mit mehr Personal, mit besser geschultem, mit besser ausgebildetem Personal, das mehr Zeit für die Pflegebedürftigen hat, wenn wir diese Entlastungen schaffen, schaffen wir Entlastungen für diese Familien. Das wäre eine gute Politik für die Familien in unserem Lande. Das sind Entlastungen für die hart arbeitende Mitte in unserem Lande. Und deshalb investieren ist das Zentrale, was wir in den nächsten Jahren vornehmen müssen. Applaus Ich habe auf meinen Reisen gesehen, dass es in all diesen Bereichen viel zu verbessern gibt. Sehr viel. Das fängt bei den Schulen an. Ich habe Schulen gesehen, die mehr an Baustellen als an Orte der Lehre erinnern. Und das hat mir im Herzen wehgetan. Denn Schulen in einem guten Zustand sind doch auch eine Frage des Respekts. Eine Frage des Respekts vor den Kindern, die dort lernen. Eine Frage des Respekts vor den Eltern und Großeltern, die das Beste für ihre Kinder und Enkel wollen. Und eine Frage des Respekts vor den Lehrkräften, denen wir doch das Wichtigste anvertrauen, das wir haben. Unsere Kinder. Deshalb die Chance. Liebe Genossinnen und Genossen, die Chance. Deshalb die Chance, dass man unabhängig von seiner Herkunft eine gute und zukunftsorientierte Bildung und Ausbildung bekommt. Die Chance, dass man unabhängig von seiner Herkunft, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, unabhängig von der Adresse, wo man wohnt, eine gute und zukunftsorientierte Bildung bekommt. Das, Genossinnen und Genossen, ist die Zukunftsfrage für die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb wollen wir nicht nur darüber sprechen, wie wichtig das ist, sondern wir wollen konkrete Maßnahmen beschließen. Konkrete Maßnahmen. Wir, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, wollen, dass Bildung gebührenfrei wird. Von der Kita bis zum Studium. Und nicht nur. Und ich füge hinzu, wir wollen, dass Bildung gebührenfrei wird von der Kita bis zum Studium. Allerdings nicht nur und ausschließlich bei der Kita, bei den Hochschulgebühren. Das gilt auch für die berufliche Bildung beim Meister- und Berufsausbildungskurs. Und auch die müssen gebührenfrei sein. Wir wollen, dass es für die, die es wünschen, einen Rechtsanspruch auf Plätze an Ganztagsschulen gibt. Und das fängt schon, liebe Genossinnen und Genossen, das fängt schon ganz früh an. Ein Resultat dessen, was ich auf meiner Reise erlebt habe in den Gesprächen mit vielen, vielen Menschen. Übrigens etwas, was ich in meinem eigenen Stadtviertel bei mir zu Hause in Würseln erlebe, wenn ich mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn diskutiere. Ich höre dann von vielen Familien, dass für sie die Probleme mit der Einschulung der Kinder losgehen. Bis dahin waren die Kinder in der Kita. Aber auf einmal stehen sie mittags vor der Türe, ohne Mittagessen und mit einem Ranzen voller Hausaufgaben. Auch deshalb, für die, die es wollen, wollen wir einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule einführen. Genau das ist nämlich auch ein Element bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Eltern und von mehr Chancengleichheit für die Kinder. Und wir wollen, dass Bildung inklusiv ist, denn Bildung bedeutet Würde, egal ob jemand beeinträchtigt ist oder nicht. Wir wollen, dass der Bund sich an der Sanierung und Modernisierung der Schulen beteiligt. Und wir wollen, dass der Bund die Länder bei der Schulsozialarbeit nachhaltig unterstützt. Über die Mittel. Über die Mittel hinaus, die wir der Union schon abgetrotzt haben, denn die familiären und sozialen Probleme, das wissen wir doch alle, landen in den Schulen. Deshalb müssen sie auch dort angegangen werden. Und zwar nicht nur von den Lehrerinnen und Lehrern, die haben mit der pädagogischen Betreuung genug zu tun. Das, Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, was ich aufgezählt habe, kostet Geld. Es sind Investitionen in die Köpfe, in die Zukunft unserer Kinder, in die Aus- und Weiterbildung der Menschen und in die Infrastruktur. Investitionen, die wir brauchen, vor allen Dingen auch in die Infrastruktur, wenn wir weiterhin ein ökonomischer Champion in Europa und in der Welt sein wollen. Es sind die Investitionen in die Zukunft unseres Landes, Investitionen, mit denen wir gleichzeitig mehr Gerechtigkeit schaffen und den wirtschaftlichen Fortschritt erst ermöglichen. Was aber macht die Union? Ganz eindeutig ist das nicht, weil sich ja weder CDU noch CSU noch die CDU intern einig sind. Aber einiges von dem, was Sie vorhaben, deutet sich bereits an. Ein alter Wahlkampfschlager wird aufgewärmt. Also ich meine nicht Freiheit statt Sozialismus, das kommt bestimmt auch noch. Es ist der alte Wahlkampfschlager der Steuersenkung. Die Union verspricht die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, das sind 20 Milliarden Euro Staatseinnahmen weniger pro Jahr. Dann verspricht der Finanzminister Steuersenkungen im Wert von 15 Milliarden. Das sind gewaltige strukturelle Mindereinnahmen. Auf der anderen Seite kündigt sein parlamentarischer Staatssekretär an, Sigma hat darauf hingewiesen, dass der Rüstungsetat jährlich um 20 Milliarden erhöht, zugleich aber bei den Sozialausgaben weniger ausgegeben werden soll. Das, Genossinnen und Genossen, ist das Wahlgeschenkeprogramm der CDU, CSU. Und das sind Milliarden, die für wichtige Zukunftsinvestitionen fehlen würden. Sehr gut, dass es dazu nicht kommen wird, liebe Genossinnen und Genossen. Applaus Diese Pläne sind extrem ungerecht. Sie sind extrem ungerecht. Sie sind ökonomisch unvernünftig und sie spalten unsere Gesellschaft. Nach unzähligen Gesprächen auf meinen Reisen kann ich sagen, mir ist wichtig, dass wir eine Entlastung vor allem der Familien hinbekommen. Dadurch, dass wir die Bildung gebührenfrei machen und dass wir Geld in die Hand nehmen, um eine vernünftige Bildungsinfrastruktur aufzubauen. Das ist extrem wichtig. Aber wenn ich davon spreche, wie wir die Familien unterstützen, geht es mir noch um etwas Weiteres. Denn Familie bedeutet auch gemeinsame Zeit. Gemeinsame Zeit, für die angesichts der gewachsenen Anforderungen an jeden Einzelnen im Arbeitsleben oft kein Raum mehr vorhanden ist. Deshalb müssen wir eine Antwort dafür finden, wie die Familien mit der Dreifachbelastung, Erziehung der Kinder, Betreuung der Eltern und Erfolg im Beruf, wie sie damit fertig werden. Wie sie das hinbekommen können. Damit sprechen wir also über das Thema Zeit. Konkret darüber, wie wir eine größere Flexibilität ermöglichen, um die genannten Anforderungen unter einen Hut zu bekommen. Einer der Gründe, warum wir die Union so drängen, bei dem Thema Recht von Teilzeit wieder in Vollzeit zurückzukehren, mit uns gemeinsame Sache zu machen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das absehbar noch in dieser Wahlperiode hinbekommen werden. Und darüber hinaus habe ich mit unserer großartigen Familienministerin Manuela Schwesig ein Konzept der Familienarbeitszeit diskutiert, durch das Familien gestärkt werden sollen. Wir brauchen eine Familienarbeitszeit und dieses Konzept wird Manuela Schwesig für unsere Partei in den nächsten Wochen vorstellen. Liebe Genossinnen und Genossen, zum Respekt gehört auch, dass wir nicht zulassen, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trotz hoher Qualifizierung Angst haben müssen, aus dem Arbeitsmarkt zu fallen. Daher habe ich mit Andrea Nahles und Olaf Scholz darüber nachgedacht, wie wir das verhindern können. Denn wer beispielsweise heute mit 55 Jahren arbeitslos wird, der hat unter Umständen noch zwölf weitere Jahre zu arbeiten. Und das sind oft hochqualifizierte Männer und Frauen, deren Berufsbilder sich mit der Zeit geändert haben. Diese Leute dürfen wir doch nicht so einfach aufgeben. Deshalb haben wir vorgeschlagen, unsere Arbeitsmarktpolitik weiterzuentwickeln. Worum geht es dabei? Es geht nicht, Genossinnen und Genossen, um Vergangenheitsbewältigung oder um eine Debatte, die 14 Jahre her ist. Nein, es geht um eine zukunftsgerichtete Fortschreibung unserer Reformpolitik. Einen entscheidenden Schritt haben wir dabei in dieser Wahlperiode bereits umgesetzt. Auch wenn sich die Union dagegen gewehrt hat und zu mancher Lobbyverband den Untergang des Abendlandes prognostiziert hat. Wir haben den Mindestlohn eingeführt und so Hunderttausenden ein besseres Einkommen und damit eine bessere Rente ermöglicht. Und nun machen wir einen weiteren wichtigen Reformschritt, der Deutschland zukunftsfähiger und ein Stück gerechter macht. Denn hatten wir zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts fünf Millionen Arbeitslose, so herrscht heute ein zum Teil dramatischer Facharbeitermangel. Deshalb müssen wir in einer sich rasch wandelnden Arbeitswelt für die Menschen, die herausgefallen sind, wieder den Anschluss an den Arbeitsmarkt über Qualifizierung ermöglichen. Das ist eine Frage des Respekts und eine Frage der ökonomischen Vernunft. Deshalb werden wir die Bundesagentur für Arbeit zu einer Agentur für Arbeit und Qualifizierung weiterentwickeln, damit sie stärker Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitslose im Auge hat. Das ist gut für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber es ist auch gut für die betroffenen Unternehmen, die ja händeringend nach Fachkräften suchen. Mit einem Wort, diese Initiative ist gut für Deutschland insgesamt. Und nun, liebe Genossinnen und Genossen, nun uns vorzuwerfen, wir würden damit ein Frühverrentungsprogramm etablieren, ist schon einigermaßen absurd. Wer sollte eigentlich daran ein Interesse haben? Deutschland leidet unter einem Facharbeitermangel und deshalb ist die Qualifizierung und Weiterbildung ein Innovationsprogramm für die Bundesrepublik Deutschland. Lasst es mich in aller Klarheit sagen, auch an die Adresse all derjenigen, die für sich so großen ökonomischen Sachverstand reklamieren. Die Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland hängt nicht von der Länge des Bezugs des Arbeitslosengeldes ab, sondern von der Qualifizierung der Menschen. Da muss investiert werden. Und wir werden weitere Konkretisierungen bei unserem Programmprozess, wir werden bei dem Programmprozess weitere Konkretisierungen vornehmen. Die Befristung von Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund muss auf den Prüfstand gestellt werden. Und ganz stark, auch das noch einmal in der Diskussion mit den Gewerkschaften vielfach diskutiert. Der Missbrauch von Leiharbeit ist so wenig akzeptabel, wie die Behinderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Betriebsräte gründen wollen. Und ebenso wollen wir die Mitbestimmung bei Weiterbildungsfragen ausbauen. Das sind Fragen der Gerechtigkeit. Und deshalb werden wir an diesen Fragen arbeiten und kämpferisch herangehen. Und all die Maßnahmen, die ich skizziert habe, sind Zeichen einer solidarischen und intakten Gesellschaft. Einer Gesellschaft, in der sich die Menschen gegenseitig helfen und in der wir in Gemeinschaft stark sind. Das ist das Gegenteil von dem, was der ökonomische Mainstream in den letzten Jahrzehnten versucht hat, uns einzubläuen. Nämlich, dass, wenn jeder für sich selbst sorgt, am Ende für alle gesorgt ist. Diese Logik hat sich zu einem Deregulierungswahn weiterentwickelt, der durch seine Staatsverachtung zwischenzeitlich sogar demokratiegefährdend ist. Denn wenn bei der Polizei, bei den Schulen, bei der notwendigen Instandhaltung der Infrastruktur nicht die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen, dann verlieren die Menschen das Vertrauen in das Gemeinwesen. Weil Sicherheit, faire Bildungschancen und eine funktionierende Infrastruktur wesentliche Gerechtigkeitsfragen sind. Es ist da klar, Reiche können sich einen schwachen Staat leisten, denn sie kaufen sich ihre Bildung. Sie kaufen sich ihre Sicherheit, im Zweifel privat. Und im Zweifel leben sie auch in Parallelwelten, die über eine eigene, funktionierende Infrastruktur verfügen. Es ist aber eine gemeinschaftliche Aufgabe, diese öffentlichen Güter zur Verfügung zu stellen. Und zwar nicht nur in den Ballungsräumen und Metropolen, sondern überall im Lande und insbesondere im ländlichen Raum. In den Dörfern, in den kleinen Städten und deshalb reise ich so viel auch in die kleinen Städte. Gehe ich in die Regionen, in die Fläche und nicht nur in die Ballungsräume und höre mir die Probleme der Menschen sehr genau an und schaue mir vor Ort an, was notwendig ist. Und liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, die Staatsverächter, diese Privat-Stadt-Staat-Propagandisten bei den Neoliberalen müssen wieder eins lernen. Soziale Gerechtigkeit ist kein Begriff aus dem Lehrbuch des Klassenkampfes, sondern es ist eine grundlegende Bedingung für eine freie und fortschrittliche Gesellschaft, für ein Gemeinwesen, in dem wieder alle ihre Chance bekommen und respektiert werden. Ich will mal, liebe Genossinnen und Genossen, ich will mal Meinhard Miegel zitieren. Lasst mich mal Meinhard Miegel zitieren, einen konservativen Ökonomen, der wahrlich nicht im Verdacht steht, ein Klassenkämpfer zu sein oder ein Sozi. Und der in dieser Woche in der wahrlich nicht linken Tageszeitung Die Welt geschrieben hat. Ich zitiere Meinhard Miegel, während beachtliche Teile der Bevölkerung schon seit langem Einschränkungen hinnehmen müssen, ist es einer Minderheit bisher nicht nur gelungen, sich diesem Trend zu entziehen, sondern sie hat im Gegenteil ihren Vorsprung in mitunter geradezu obszönerweise ausgebaut. Was von dieser Minderheit an Einkommen und Vermögen zusammengetragen wird, geht weit über das hinaus, was in der bekannten Geschichte als sittlich und gemeinschaftsverträglich angesehen worden ist. Wenn diese Frage nicht überzeugend beantwortet werden kann, erzeugt sie Spannungen, die zerstörerischen Kräften Auftrieb geben und schlimmstenfalls zu einem blutigen Zusammenbruch der Gesellschaft führen kann. Soweit das Zitat eines konservativen Ökonomen in der Bundesrepublik Deutschland. Genau aus diesem Grund müssen wir Gerechtigkeit in diesem Land herstellen. Gerechtigkeit, Würde und ein neues Miteinander. Ich bin davon überzeugt, liebe Freundinnen und Freunde, dass eine Gesellschaft gerechter ist, in der soziale Sicherheit existiert. Eine Gesellschaft, in der soziale Sicherheit existiert, ist auch widerstandsfähiger. Nicht so anfällig für die einfachen Botschaften der Verführer, die inzwischen ja weltweit ihr Unwesen treiben. Denn wenn man die Nachrichten sieht, sieht man täglich, dass unsere Demokratie, unsere Art zu leben, zunehmend unter Druck gerät. Da ist einerseits die Herausforderung durch den internationalen Terrorismus. Menschenverachtende Mörder, die die Religion als falsche Rechtfertigung für ihr zynisches Geschäft missbrauchen. Diese Leute wollen unsere Gesellschaften destabilisieren, indem sie Bomben werfen und Angst und Schrecken verbreiten. Weltweit sind tausende Unschuldige diesen Verbrechern zum Opfer gefallen. Viele Muslime darunter, vor allem aber Frauen, Kinder und Alte. Der sogenannte Islamische Staat hat diesen Krieg nach Europa getragen, indem er hier bei uns und in anderen Ländern Europas furchtbare Anschläge begangen hat. Hier darf es kein Pardon geben. Und wir werden beweisen, dass unsere Demokratie wehrhaft ist und sich zu verteidigen weiß, ohne dass wir dabei unsere Freiheit und unsere Offenheit aufgeben. Dabei setzt sozialdemokratische Sicherheitspolitik nicht nur auf den Ausbau der Sicherheitsbehörden und auf das Strafrecht, das sicher auch, sondern wir wollen auch präventiv tätig sein. Denn die meisten Täter, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, sind junge Menschen, die sich bei uns radikalisiert haben. Das ist eine Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Und hier sind auch die Religionsgemeinschaften, die Schulen, die Familien gefragt, aufmerksam darauf zu achten, wenn sich junge Menschen in die Hände dieser gewissenlosen Verbrecher begeben. Wir sind ein Land, liebe Genossinnen und Genossen, mit einer auf starken Grundrechten aufgebauten Verfassung. Wer die ersten 20 Artikel unseres Grundgesetzes liest, der hat eine fantastische Anleitung, wie ein friedliches und ein respektvolles Zusammenleben, das den Zusammenhalt der Gesellschaft garantiert und die Grundrechte eines jeden Einzelnen zugleich wie ein solches Zusammenleben möglich ist. Wer aber unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit, die garantiert ist, auch in diesen 20 Artikeln, wer unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit auf der anderen Seite elementare Grundrechte unserer Verfassung infrage stellt, Ich zitiere einmal ein solches Grundrecht, Artikel 3 Absatz 2 unseres Grundgesetzes, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wer unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit diese unveräußerliche Garantie infrage stellt, hat nicht nur den energischen Widerstand der Sozialdemokraten zu erwarten, er hat in diesem Lande keinen Platz und nichts verloren. Eine andere große Herausforderung für unsere Demokratie sind allerdings auch und in zunehmendem Maße die unbelehrbaren Rechten, die Nationalisten und Populisten, denen eine freie und tolerante Gesellschaft ein Dorn im Auge ist. Sie beschimpfen die freie Presse, sie lehnen Minderheiten ab, sind gegen Vegetarier genauso wie gegen Feministinnen, sie haben den Islam oder Europa zum Hauptgegner erklärt und diese Leute reklamieren dabei, das Volk zu sein. Sie seien das Volk. Liebe Genossinnen und Genossen, was für ein Zynismus, denn der Ruf, wir sind das Volk, war ein Freiheitsfanal der mutigen Ostdeutschen, die damit eine Diktatur zum Einsturz gebracht haben und die so erst die Presse meinungs... Applaus Die AfD in Deutschland hat genauso wie die Nationale Front in Frankreich oder die Rechtsextremen in den Niederlanden eine Rhetorik der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und wir alle wissen, wohin dies unser Land und unseren Kontinent gebracht hat. Es muss uns alarmieren, wenn ein Politiker dieser Partei, ein Landtagsabgeordneter in Thüringen das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin als ein Mahnmal der Schande bezeichnet. Und dieser Mensch eine 180-Grad-Wende in unserer Erinnerungskultur fordert. Und dieser Antidemokrat wird bei der AfD nicht rausgeschmissen. Nein, er wird deshalb nicht rausgeschmissen, weil sie ihn brauchen, um den rechten Rand in ihrer Partei zu bedienen. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist eine Alternative für Deutschland. Nein, das ist eine Schande für die Bundesrepublik. Applaus Die selbe Partei schließt die Bundesrepublik. Wer schließt die Freie Presse von ihren Versammlungen aus? Wer aber sagt, Informationen bekommt nur, wer schreibt, was ich will? Wer Medienvertreter als Lügenpresse stigmatisiert, wenn sie das nicht tut? Der Genossinnen und Genossen legt die Axt an die Wurzeln der Demokratie. Hier sind hunderte Journalistinnen und Journalisten. Liebe Genossinnen und Genossen, hier sind hunderte Journalistinnen und Journalisten. Dieser Parteitag steht zu Recht unter einer enormen medialen Aufmerksamkeit. Die Männer und Frauen, die hier über uns berichten, die schreiben, die kommentieren, die kritisch hinterfragen, die analysieren, haben nicht nur das Recht dazu. Nein, es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie es tun können. Eine freie und unabhängige Berichterstattung, ein kritisches Hinterfragen derjenigen, die die Macht haben oder der, die sie anstreben, ist ein elementarer Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft. Wer, wer Genossinnen und Genossen, klar ist das schwer, der Umgang mit den Medien. Und wenn ich morgens die Zeitung aufschlage, dann habe ich den Kaffee manchmal auch schon auf, bevor ich ihn getrunken habe. Ich glaube, das geht uns allen so. Aber ich wiederhole, deren Arbeit ist für die Demokratie von elementarer Bedeutung. Und wer die freie Berichterstattung als Lügenpresse bezeichnet, wer selektiv mit Medien umgeht, legt die Axt an die Wurzeln der Demokratie. Ob er der Präsident der Vereinigten Staaten ist oder ob er in einer Pegida-Demonstration mitläuft. Beides ist nicht akzeptabel. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Angesichts der genannten Bedrohungen ist es Zeit, für die Freiheit und die Demokratie aufzustehen, aufzustehen für unsere Gesellschaft. Ich will hier sagen, dass es mich sehr beeindruckt hat, wie nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten dort Hunderttausende, weltweit Millionen Frauen zum Beispiel gegen Donald Trump demonstriert haben. Und dadurch seine frauenfeindlichen, seine demokratiefeindlichen und rassistischen Äußerungen zurückgewiesen haben. Mich hat übrigens beeindruckt, dass viele Künstlerinnen und Künstler dabei waren und damit dem Unbehagen von Millionen eine Stimme verliehen haben. Aber wir brauchen nicht in die USA zu fahren, um den Versuch zu beobachten, wie in westlichen Staaten das Rad der Freiheit zurückgedreht werden soll. Schaut in die Türkei, schaut nach Ungarn, schaut nach Polen. Medien werden maltretiert, die Opposition behindert oder unterdrückt und Kunst und Kultur beschnitten. Das sind Entwicklungen, gegen die wir uns wehren müssen. Und ich habe als Präsident des Europaparlaments viel Erfahrung machen müssen, wie diese Feinde der Freiheit arbeiten. Jeden Tag versuchen Sie ein Stück weiter die rote Linie nach vorne zu schieben. Jeden Tag ein kleiner Tabubruch mehr. Ich habe wiederholt Sanktionen gegen diese bösartigen Zyniker verhängt und ich musste teilweise, übrigens ohne zu zögern, auch Leute und Abgeordnete aus dem Plenarsaal schmeißen. Und ich füge hinzu, dass ich als Vorsitzender unserer Partei daran anknüpfen werde. Ich sage, ich glaube im Namen aller, die hier sind, euch, den Feinden der Freiheit und der Demokratie, euch, die ihr jeden Tag versucht, ein Stück mehr die Tabus zu brechen, euch, die ihr jeden Tag ein Stück frecher gegen unsere Demokratie werdet. Ihr habt in der SPD den entschiedensten Gegner, den man in diesem Land haben kann. Applaus 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 Liebe! Liebe Genossinnen und Genossen, die Antwort auf diese globalen Unsicherheiten heißt Europa. Und deshalb sage ich, lieber Sigmar, danke für das, was du als Außenminister dieses Landes über Europa hier gesagt hast. Und ich füge eins zu dem, was Sigmar Gabriel gesagt hat, für mich persönlich hinzu. Mit mir wird es kein Europa-Bashing geben, mit mir wird es kein Schlechtreden Europas geben. Wer meint, deutsche Interessen von einem starken Europa trennen zu können oder wer gar versucht, das eine gegen das andere auszuspielen, der ist nicht nur geschichtsvergessen, sondern er verspielt die Zukunftschancen der nächsten Generation. Denn die Idee der Kooperation der Völker über Grenzen hinweg, dass sie sich zusammenschließen für Frieden, für Freiheit, für unsere gemeinsame Sicherheit und für den Wohlstand der Menschen, das ist die Idee von Europa. Welche Bedeutung dieses Europa für Deutschland hat, hat Willy Brandt 1971 treffender als jeder andere formuliert. Ich zitiere Willy. Durch Europa kehrt Deutschland heim zu sich selbst und den aufbauenden Kräften seiner Geschichte. Deshalb, Genossinnen und Genossen, weil Willy das so beschrieben hat, wir kehren durch Europa heim zu uns selbst, zu den aufbauenden Kräften unserer Geschichte. Deshalb ist die Einladung in dieses Europa, die uns unseren Nachbarn nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aussprachen, das größte Geschenk, das die Bundesrepublik in ihrer noch jungen Geschichte erhalten hat. 1950, 1951 war diese Bundesrepublik ein halbes Dreivierteljahr alt und der Zweite Weltkrieg war fünf Jahre beendet, das ist die Distanz zwischen 2012 und jetzt. Und die Belgier, die Luxemburger, die Niederländer, die Franzosen und die Italiener, Länder, in denen der Nazi-Terror schlimmste Verbrechen angerichtet hatte, in denen Menschen verschleppt, ermordet, gefoltert, jüdische Gemeinden ausgerottet worden waren und die Länder zerstört und in Schutt und Asche gelegt waren. Diese Länder luden die Bundesrepublik Deutschland Anfang der 50er Jahre ein, ein Mitglied der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu werden. Das war fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Das waren Männer und Frauen, die Bitteres erlitten hatten und trotzdem sagten, wenn dieser Kontinent jemals Frieden haben will, dann brauchen wir ein demokratisches Deutschland und die überwandten alle Hindernisse, alle Vorurteile, alle Ablehnung. Und ich habe eingangs erwähnt, ich bin im deutsch-niederländisch-belkischen Grenzgebiet aufgewachsen. Das war nicht immer einfach. Die, die für den Ausgleich mit Deutschland warben, hatten nicht immer sofort die Unterstützung ihrer Völker, weil gefragt wurde, warum jetzt die mit denen, die waren doch gerade erst hier und haben ja alles zerstört. Und trotzdem sagten die, nein, den Deutschen muss es gelingen, eine eigene Demokratie aufzubauen. Und es gelang. Die Bundesrepublik Deutschland nahm diese Einladung an und baute eine der modernsten und freiheitlichsten Demokratien in Europa auf, die nach der Wiederherstellung der staatlichen Einheit 1990 in ihrer Verfassung den Artikel 23 schrieb, der uns Deutsche verpflichtet, an der Vertiefung der europäischen Einigung als Verfassungsauftrag mitzuwirken. Europa wurde in diesem Geist von Deutschland mitgeschaffen. Aber dieses Europa ermöglichte dem deutschen Volk auch erhobenen Hauptes, in die demokratische Völkerfamilie zurückkehren zu können. Ein deutscher Bundeskanzler hat eine zentrale Verpflichtung, Deutschland in Europa stark zu halten und durch ein starkes Deutschland Europa stark zu halten, weil beides gehört untrennbar zusammen. Europa wurde auf dem Geist der Kooperation, des Dialogs, des gegenseitigen Respekts und der Solidarität aufgebaut. Und diesen Geist gilt es, weiß Gott, wiederzubeleben. Und es gilt ihn insbesondere wiederzubeleben im Umgang mit den Flüchtlingen, die nach Europa kommen. Es ist doch ganz klar, dass wir diese enorme Herausforderung nur in der Gemeinschaft aller europäischen Völker und Nationen lösen können und ganz sicher nicht durch nationalstaatliche Alleingänge. Deshalb, auch dafür will ich mich einsetzen, für klarere Absprachen unter den europäischen Staaten, aber auch, und das sage ich in aller Offenheit, für eine konsequentere Linie gegenüber den Ländern, die von Europa enorm profitieren und Solidarität bekommen. Aber wenn es um die Solidarität mit Flüchtlingen geht, nein, Danke sagen, das ist nicht akzeptabel. Liebe Genossinnen und Genossen, die USA und die Türkei sind weiterhin wichtige Partner für Deutschland und für Europa. Natürlich muss ein deutscher Regierungschef mit dem amerikanischen oder dem türkischen Präsidenten reden, jawohl. Denn der Dialog ist das Wichtigste und den Dialog nicht abbrechen zu lassen, muss immer unsere erste Wahl sein. Aber eins, liebe Leute, gibt es auch. Ich erinnere mich an einen deutschen Bundeskanzler, der einem amerikanischen Präsidenten in klaren Worten gesagt hat, was nicht geht. Es war Gerhard Schröder, ein großer Sozialdemokrat, der mit seinem Nein zum Irakkrieg eine historische Tat begangen hat, auf die ganz Deutschland stolz sein kann. Ein deutscher Kanzler kann also durchaus bei allen notwendigen diplomatischen Geflogenheiten in so gewichtigen Fragen eine klare Haltung zeigen. Nein, er kann nicht nur, ein deutscher Bundeskanzler muss diese klare Haltung zeigen, wenn es um die Verteidigung unserer grundlegenden Werte geht. Und deshalb lasst mich auch einige klare Worte an den türkischen Präsidenten richten. Wir werden es nicht hinnehmen, dass unsere türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürger gegeneinander ausgespielt werden. Wir dürfen auch nicht hinnehmen, dass sie durch Nazi-Vergleiche gegen andere deutsche Mitbürger aufgehetzt werden. Das gilt übrigens nicht nur für Deutschland, das gilt auch für andere Länder in Europa. Wer versucht, Menschen gegeneinander aufzuhetzen, dem muss Einhalt geboten werden. Deshalb muss man auch Herrn Erdogan mit klaren Worten sagen. Deshalb muss man auch Herrn Erdogan mit klaren Worten sagen, dass das so nicht geht. Und man darf ihn auch darauf hinweisen, dass seine Strategie früher oder später scheitern wird. Die Türkei ist so gespalten wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und in dieser Situation muss es doch auch in diesem Lande darum gehen, das Land zu einen und die Menschen zusammenzuführen. Das ist doch die eigentliche Aufgabe eines Staatsoberhauptes, sein Volk zusammenzuführen und die Menschen zu einen. Und das ist die Botschaft, die wir an ihn richten sollten, die Botschaft, die wir nach Ankara schicken sollten. Wir wollen eine faire, wir wollen eine sachliche Auseinandersetzung. Aber wir wollen nicht, dass Menschen gegeneinander aufgehetzt werden, weder in ihrem Land noch bei uns. Und liebe Genossinnen und Genossen, eine klare Haltung einzunehmen ist für uns doch im Vergleich zu unseren Vorfahren viel einfacher. Wir haben eine lebendige Zivilgesellschaft. Wir wissen, wenn es um klare Kante und klare Haltung geht, die Mehrheit der Menschen hinter uns. Wir wissen sie hinter uns, wenn es darum geht, unsere Werte, unsere Prinzipien mit Leben zu erfüllen. Hunderttausende in diesem Land setzen sich tagtäglich für die Gemeinschaft ein, haben sich für Flüchtlinge engagiert, sind wie bei uns und in anderen demokratischen Parteien engagiert. Engagieren sie in den Gewerkschaften, engagieren sie sich bei den Kirchen. Tausende kämpfen in vielen Initiativen gegen die neuen Rechten oder sie engagieren sich ganz einfach im Sportverein oder in ihrem Viertel oder in irgendeiner kleinen Organisation, in der Menschen zusammenkommen. Was wir Sozialdemokraten leisten müssen, ist mit einem Satz zu beschreiben. Wir müssen der Bündnispartner dieser Menschen sein, Genossinnen und Genossen. Die Menschen in diesem Lande, die müssen eins spüren. Mein Leben, mein Engagement, das Schicksal meiner Familie, das Schicksal meiner Frau, das Schicksal meines Mannes, meines Partners, meiner Partnerin, das Schicksal meiner Kinder, meiner Eltern, auch das meiner Kolleginnen und Kollegen, der Freundinnen und Freunde. Jedes einzelne Schicksal zählt. Jedes ist wichtig. Für die Kinder gilt, was Hanna-Lore Kraft sagt, kein Kind zurücklassen. Jedes Kind ist ein wertvoller Teil unserer Gemeinschaft und unserer Gesellschaft. Jeder Mann, jede Frau müssen eins spüren, dass es nicht mehr so sein darf, wie es uns oft entgegenschallt. Ich halte mich an die Regeln. Ich leiste meinen Beitrag im Beruf, auch darüber hinaus, in der Gemeinschaft, im Verein, in der Partei, in der Gewerkschaft, egal wo. Aber ich zähle doch für euch überhaupt nichts. Ihr interessiert euch doch für mich nicht, für mein Schicksal. Ich bin euch doch egal. Dieses verbreitete Gefühl ist gefährlich für die Demokratie. Wir Sozialdemokraten, wie keine andere Partei, sind aufgefordert, diesen Menschen zu sagen, nein, am Anfang eines jeden Handelns, am Anfang eines jeden Denkens, eines jeden Konzepts, einer jeden Entscheidungsfindung in unserer Partei steht eine Überlegung. Wie machen wir, die SPD, mit dem, was wir tun, das Leben genau dieser Menschen jeden Tag ein kleines Stück besser? Wenn die Menschen spüren, die meinen das ernst und wenn wir es ernst meinen und das tun wir, dann gewinnen wir das Vertrauen der Menschen in die Demokratie und in unsere Partei zurück. Und dann, Genossinnen und Genossen, gewinnen wir auch die Bundestagswahl. Davon bin ich fest überzeugt. Ich, liebe Genossinnen und Genossen, ich werbe, ich werbe um euer Vertrauen, ich werbe um euer Vertrauen. Wir haben viel vor mit dieser Partei und ich weiß genau, das geht nur gemeinsam mit euch, mit den Delegierten, mit den hunderttausenden Mitgliedern unserer Partei. Und ich brauche euch alle, alle, ihr, die in den Kommunalvertretungen, in den Landtagen oder im Bundestag arbeitet, ihr, Genossinnen und Genossen, die in den Ortsvereinen und Abteilungen, wo ihr eure Abende opfert, eure Freizeit, um etwas für die Gemeinschaft zu tun, vor allen Dingen ihr, Genossinnen und Genossen, die hier am Samstag mit dem Tapeziertisch vor dem Supermarkt steht und mit den Leuten über den besten Weg für unser Land streitet. Und glaubt mir, ich weiß, wie starke Nerven man manchmal dort haben muss. Und ihr, die ihr in den sozialen Medien für eine tolerante Debatte kämpft und die ihr uns mit euren kreativen und fantasievollen Beiträgen zurzeit so viel Spaß bereitet. Ich brauche eure Unterstützung und ich bitte euch um euer Vertrauen, nicht nur heute. Ich bitte um euer Vertrauen ab heute und solange ich dieses Amt so, ihr, die mich denn wählen wollt, ausübe. Und lasst mich eines hinzufügen. Ich trete an, um der Parteivorsitzende dieser stolzen Partei zu werden. Ich bewerbe mich zugleich mit diesem Amt des Parteivorsitzenden, darum, euer Kanzlerkandidat zu werden. Ich trete mit einem klaren Anspruch an. Ich trete mit einem klaren Anspruch an. Wir alle gemeinsam wollen, dass Anke Rehlinger die nächste Ministerpräsidentin des Saarlandes wird. Am kommenden Sonntag. Wir wollen, dass Torsten Albig seine erfolgreiche Arbeit als Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein fortsetzen kann. Und wir wollen, dass mein Heimatbundesland, das wunderbare Nordrhein-Westfalen, weiterhin... weiterhin von seiner starken Ministerpräsidentin Hannelore Kraft geführt wird. Applaus Wir wollen, dass die SPD die stärkste politische Kraft nach der Bundestagswahl wird. Damit sie das Mandat bekommt, dieses Land besser und gerechter zu machen. Dass sie das Mandat bekommt, den Menschen den Respekt entgegenzubringen, den die Menschen in diesem Lande verdienen. Und ich will, liebe Genossinnen und Genossen, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Herzlichen Dank und Glück auch! Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.